Ja, sei grüßt du Schatz of War! Wir diesmal alleine, ohne irgendwelchen anderen Personen, also diesmal auch kein Team oder so, diesmal wieder Ego Tour, so wie man es von mir gewöhnt ist. Ego for the win und so. Aktuell spiele ich Warhead, weil ich die Tokens da noch voll kriegen möchte. Versuche, versichern kann ich jetzt nicht. Und ja, dann warte ich jetzt gerade darauf, dass es hier losgeht und dann seh ich weiter. Mittlerweile ja Level 20. Und das hier noch Ding runterschieben. So, der bing war nicht mit Absicht. Und... Gucken, ob ich den Capture Point versuche zu kriegen. Niemand? Nein. So, meiner. Dann... Marsch kurz hier oben, bisschen Stress. Oh, der erste ist schon down. Oh, da unten läuft jemand rum, gerade gesehen. Meins, 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 dann halt nicht. Oh, und die Drohnen, halt die vorne. Bę... Meins, 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 natürlich Nicht. Die Mine, pAM, zwei sind drin. Das Bild sieht ja gerade wieder so komisch aus. wow die haben schon ein bot ja das ist okay dann halt nicht der woher der woher haben die ein bot die wir haben ein bot wir haben kein bot dann ein bisschen stress machen und jetzt rakete noch und dann alle drei getroffen dann gehe ich runter ein bisschen point hier sucht hier mal stress ich will was anders lang gelaufen wo ich mir die drohne medipack und ich hören und ja wenn wir im team sind red ich weniger weil ich dann wirklich konzentriert werden muss weil ist dann halt was ganz anderes als wenn ich alleine bin wenn ich alleine bin dann kann es mir scheißegal sein ist ob wir gewinnen oder verlieren oder ob ich jetzt fehler mache oder sonst irgendwas im team ist es eher schon gravierender aber so privat scheiß ich drauf klar sie siegen immer besser aber es reicht also es ist ja nicht so dass ich mich da irgendwie da ist die wacke hat aber schon direkt ein paar drohnen hier weggenommen also auch ein bot kann man das hier unten ist ist ja die bot line wenn er ruhig nach vorne holt gerade die drohne stop 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 nein ho 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 nein er hat es mitgenommen das kommt ja mit den kill ist doch nicht da lernt oder können wir helfe stehen dann gilt auch ein mini pack ich habe recht auf das mini pack so danke die mine ist noch ziemlich schwach da kommt ein blitz angelaufen der ist aber ziemlich gut oder hat schon wahnsinnig viel schaden genommen bäm versucht zu treffen hier jungen auf die drohne ach auf den tower so das ding ist weg nein fertig so verlangsamt jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt nimm nimm hol sie doch jetzt geht doch ruhig die wenigstens fertig ich war medipack hier kurz warten der blitz hier beide down gegangen so einfach geht das jetzt noch eine drohne bei ja ja jetzt noch ein paar drohnen komm jetzt beeile ein bisschen stress machen dann haben wir den tower auf jeden fall noch und dann ja auch den tower auf jeden fall noch der hat mich blockiert der hat meine ulti blockiert mann egal der tower ist die hälfte runter jetzt pusht der wolken hier oben ok in der mitte sind wir auch aktiv das heißt ich gehe erst in die mitte dann werden wir in der mitte nichts verlieren wir haben im norden ganz schön viele drohnen wagen pfff bist jawohl bülken stirb bülken weg striker ist der nexus lower striker weg komm mal fast so vor als würden wir gegen bots kämpfen was ist hier halt in topocats verloren ja ja wollte ich gerade auch hinpanken ja ja lassen nur erst den da unten da killen sie wissen selber nicht hat er mich gesehen die kleine ok wolkenfurcht oben weiter wow könnte nein war ich nicht oft nicht so weit vorne wow das mies war genauso mies siehst du meine das genauso mies der striker ist jetzt voll ab zu sagen so weit wie viel runtergekommen das ist zwei kills hat jetzt dank mir so da ging es auch ein kill so bloß die tankdrohne schaffe ich definitiv nicht nicht mit dem hier traurig aber war sehr traurig aber zu zweit klar locker lockig der heilt mich ja diese sache aber der wohlwag auch noch das tanky vorbei und da heilt er mich halt doch nicht der wolken erklärt es unten so kurz die drohne hier wegräumen und dann die drohne hier unten dann halt nicht Okay, machen wir halt so. Oben hat der Vulcan sehr gut gepusht. Muss man sagen. Ziemlich aggressiv, der junge Mann. Der Blitz ist gut. Finde ich jetzt. So. Egal, den hat er schon getroffen. Oh, versucht der an den Vulcan zu pushen. Pulverk ist down. Wie gesagt, er hat ja keinen Divisionpoint. Aber wenigstens sieht er nicht, dass ich auf dem Weg bin. Jawohl, keine Chance. Dann geht sie da auch nach unten. Drohnen klären das schon. Drohnen gesehen? Da ist er. Fuck, ne, hätte ich weiterlaufen lassen sollen. Hätte ich Potten lassen sollen. Ich bin aus Versehen getroffen. Ah, mir geht's ja schon. Ah, jetzt haben sie alle Tower schon verloren. Nicht schlecht. Mein Team ist definitiv aggressiv. Ich denke... Wow, übertreibt er mit seiner Geschwindigkeit direkt hier. Und läuft rein. Er läuft rein. Und schon Damage gemacht hat der Junge. Rücken. Meiner. An den Hohan noch ein bisschen hier. Ne, der sein könnte ich schon. Hacke. So. So. Passt. Passt. Das wäre es meiner gewesen. Wie geht es? Wie geht es hier? Wie geht es denn? 719. Oh, das ist schlecht. Richtig gut, muss ich sagen. Kurze Runde, aber gute Runde. Ich bin zufrieden. Definitiv. Gestern war er Sonntag. Gestern hatte ich natürlich sehr schlechte Runden. Runden wie immer. und dann sehen wir jetzt mal weiter obwohl ein item sale ist eigentlich ganz okay, außer dass ich natürlich ein bisschen übertrieben bin, im Gegensatz zu den anderen hier, aber der Blitz war richtig gut. Das war's dann und dann sehen wir uns beim nächsten match, vielleicht sind wir dann schnell über 30, wer weiß, bis dann, tschau.